Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play COC Ja, was ist das für eine Folge? Tja, erstmal einsammeln natürlich Ja, einfach eine Folge Spaß, Alter Ne normale Folge Wie kommt ihr da herauf? Ja, greift mich das mal an den hier Ich hab schon so eine Taktik Und zwar lock ich jetzt mal die Klamour Da ist ein Drache drin Dann setze ich hier ein Bogen Wie der Drache kommt hier so mindestens hin Versuche ich mal Und dann werde ich ihn halt giften Ich gifte ihn Okay, ich hab leider kleine Oh, keine Klamour Egal, wir greifen jetzt an Okay, zack Zack Vergiftet Das ist klar Das geht von unserer Zeit ab Das ist klar Aber Das ist das Beste Ich sollte schon mal Ja, sollte ich das manchmal In die Facecam komme Aber Das muss sein Zack, zack Zack Und dann die Mauerbrecher Zack Die Magier hinterher Okay Dann Ein Heil Hierhin Ja, die gehen nach innen Ach, jawoll Es läuft genauso, wie es laufen sollte Ja Nice, Alter Komm schon Wie ein Werfer down Nein, die gehen nach außen Diese Bitte zerstören Nein, ich hab's vergessen Egal Ja, zwei Sterne Boah Knapp Ich weiß, dass es zwei Sterne sind Ich hab hier noch die Bogeys Jawoll Das ist super Zwei Sterne Das ist echt nice Guck mal, hier tun wir dran Alter, das ist ein Loser Zack Oh, ja, schnell Ich hab hier noch einen Rout Da kann ich noch was rausholen Zack Der Päcker Kann noch ein paar Prozent holen Das bringt noch Gescheh Gescheh Ja, ja Kommt das Ja, schade Sechzig Prozent Ist schon ganz nice Können wir noch hier was rausholen Hier vielleicht Ne Okay Schade Gibt zwei Sterne Ist ganz gut Und da man sieht den Siegpunkt Der ist so nice Das ist gut Das fühlt sich auch super an Viel Spaß Jetzt schon mal Ausbilden Für den zweiten Angriff Ich hab hier noch zu viel Sack Okay Dann noch mal Zauber Nice Schub Sorry Dass ich in die Facecam komme Und Schub Nice Stimmt Ich kann ja dann Nochmal Die Minen Am Sammler boosten Das ist hier Seit Neuem Ich hier Wintersonderangebot Verpasse alle Ressourcensammler Ein Schub für jeweils Nur ein Juwel Das ist ja auch Ganz nice Fünf Minuten Geht die Folge schon Trotzdem werden wir weiter Ja ihr kennt schon Die neuen Updates Wahrscheinlich Ist das eine Falle Ja wir können uns Noch ein paar Klangsticksangriffe angucken Natürlich sonst Zuerst nicht Ja Junge Ich werd immer Von Drachen Gegriffen Alter Ey Leute Der Gift Zauber War so gut Platziert Alter Nicht schlecht Hat er versucht Damit meine Luft Zu zerstören Oder was Ja Das kennen wir Ich greife doch nicht Die zwei Alter Dann greife ich Alter Junge Der erste von uns So schlecht Junge Den Muss ich 100% Alter Ich werd hier sehen Überall fallen Und alles Kann ich mir Mal angucken Wegen Ah ja der Ja oh nein Penis Alter da sind Ernsthaft Keine Keine fallen Bin ich sogar nah Ja gegen ghost hunter können wir gar nicht mehr gewinnen Okay was gut ist hier gewohne kriegsterne ja ich habe den erfolg bekommen deswegen habe ich auch jetzt so viele juwelen Ja ich würde dann einfach mal sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play coc Vielleicht werde ich noch eine zwei also den zweiten angriff im nächsten video zeigen aber ich sage jetzt mal ciao haut rein wir sehen uns Ja Ich D